Wir sind gerade am südlichsten Punkt von Europa und es ist hier extrem windig am Atlantik und wir gehen hier zusammen zehn Kilometer joggen und unser Ziel ist dieser Berg da oben. Boah, man sinkt hier richtig heiß. Erster Kilometer gerade geschafft. Ich weiß nicht, ob ihr das hören könnt, aber das Meeresrauschen, das habe ich übelst vermittelt. Sieht hier einfach aus, als wären wir in California. Drei Kilometer sind jetzt geschafft, Leute. Aus Versehen hier durch so eine Hotelanlage. Das ist so windig hier. Sammy hat vom Wind einen Baby-Bauch. Die fünf Kilometer sind jetzt geschafft, Leute, und wir sind wieder am Strang. Wir laufen jetzt diese Sandbühne da oben hoch. Durchs Wasser. Sieht einfach so aus, als wären wir irgendwo in der Sahara. Da ruft sie durch. Jetzt sprintet der noch, Alter. Süß. Die acht Kilometer sind jetzt geschafft, Leute. Und jetzt laufen wir den Berg hoch. Was machen Sachen, Olga? So, Leute. Es wird gerade immer schneller. Neun Kilometer geschafft. Jetzt der letzte. Zehn Kilometer geschafft, Leute. Die sind echt komplett kaputt. Waren da unten am Meer und sind diesen Berg hochgelaufen. Habe ich zwar jetzt nicht dazu gerechnet, aber das Runterlaufen war fast genauso lang und hat auch fast genau so lange gedauert. Danach waren wir noch was essen. Ich würde sagen, gelungener Tag. Peace!